Liebe Leute, herzlich willkommen im Pian-Lola-Kaffee-Theater. Und wer hat Lust, hier bei uns auf der Bühne Platz zu nehmen und bei einer leckeren Pian-Holla-Brause das bunte Treiben direkt mitzuerleben? Alois. Tag schön, Alois. Ich bin die Lola. Ich bin die Portierche hier. Ich bin Susi Kempinski, eine große Künstlerin. Sie kennen mich doch nicht. Ja, ja. Also, ich bin ja der Star. Star. Ja. Star. Star Wars. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Zwischen Kau und Birnau gibt es Schienenersatzverkehr. Schuhe, Mozart. Kugel. Die Vizie, Chopin. Tchaikovsky. Gesundheit. Mit Destin. Oh ja, das hat Stil. Na dann, Prösterchen. Das ist aber lecker. Ja, aber nur ganz wenig. Ganz wenig nur noch. Ein ganz kleines Schlückchen nur. So ganz, ganz wenig nur. Was will der Argentinier nur von mir? Was will der Argentinier in Berlin? Gab's denn im Buenos Aires keine Argentinierin für ihn? Was will der Argentinier in Berlin?